Hallo Leute, und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl, zu einem weiteren Teamkampf. Niu, in Klammer Arcana und ich wurden herausgefordert von Shio und sein Kumpel. Ich warte noch, ich warte. Noch fehlen, es fehlen noch zwei, es fehlen noch zwei. Es ist die Kampel, es ist die Kampel. Es gibt einen Kampel, es ist die Kampel, nicht nur ein Kampel. Ähm... Jaa... Leute! danke kann klassik sieht schlecht aus ja sehr schlecht omg was dann wieder schief gelaufen ist zeitgleich wenn ich war doch das früher und tschüss im mitteiligen ich hoffe mal es ist nicht zu laut der lautstärke kontrollieren auf zwölf passt eigentlich eh So, es führt nur noch einer. Ach, ich nehme Zufall. SDN, ist er das? Holy shit. Mist. Oh, Samus in pink. Ja, ist zumal sehr vielversprechend. Schatten der Nacht. 1996, glaube ich. Ja, ich habe Zufall genommen. Das wird sicher schmerzhaft enden. Zumal ich mit Samus überhaupt nicht umgehen kann. Oh, ein Team ist auch ein, okay. Diese scheiß Affenklemme. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Perfekte Lannung. Oh, weh. Oh, weh. kann ich mit Legs sowieso nicht spielen also mal das Territische spielen ob ich Locaro nehmen oder nicht wenn es lag bin ich scheiße das war Fail ja vom Feinsten ja Savusmena will mich jetzt töten auch ja 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 Die Zuschauer jubeln mir zu. Ist das geil. Der Schlechteste hier und die Zuschauer jubeln mir zu. Ups. Sorry. Der hat sie gefangen. Ich kann mich nicht verwandeln. Mann! Mann! Ich glaube, ich nehme doch lieber Lucario. Geht nicht beide auf sie, bitte. Einer nach dem anderen. Okay? Nur damit es fair bleibt. Samus war mal epic fail. Ich kann mit Samus eben nicht spielen. Das erste Mesh zieht sich ziemlich in die Länge. Und da holt sie noch einen Kill raus. Ja, voilà! Okay, ich glaube, ich nehme Lucario. Weil sonst haben wir keine Chance gegen sie. Ja, sieht ein bisschen schlecht aus. Das war's. Ich habe einen rausgehauen. Na ja, epic fail. So, jetzt. Sieht die Sache hoffentlich anders aus. Hedgehogs. 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 Ice、 Snake, Peach, Lucario. Und위嘛! Dieses caramel ist um den Und tschüss! Das tat ein bisschen weh! Blunches! Get off! Blunches! 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 Ich muss schnell ins Milchspieler loswerden. Aber nicht, wenn es so lag. Bis siegt. Mag Versuche teilen? Komm schon. Geht doch. Nicht gut. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Das war mal ein Fail. Epic Fail. Aber es lief schon besser. Perfekt erwischt. Komm schon Shio. Schnell bevor er mir runterfällt. Schnell. Zu spät. Hey. Und wie das Mesh will. Okay, jetzt ist die Gefahr groß, dass ich den Charakter verwechsel. Okay. Boah, blöde Plattform. Ja, sagtschüss. Die Gefahr groß. Die Gefahr. worked. Ja, das ist die Gefahr. Was bedeutet, was eine Szene themselves in den Gewurzoughing, was etwas Neese von InstrumenЗЫk? Ich hab das die Gefahr gar hierarchy Manufacturing shower. Bis zu spät. Das ist die Gefahr tweets. Was ist denn da, die Gefahr von Mystery Pot çıkar�. Wie Garnt war. Und wie macht Christch. Und tschüss. Ja, du. Dankeschön, Sio. Okay, das war nice. Und unerwartet. Macht den Konter nicht so offensichtlich. Versucht, dass sie sich gegenseitig angreifen. Versuch es einfach irgendwie. Oder gegenseitig betreffend sei mir so. Okay, das war ein nettes Combo. Blue Twots. Okay. Okay. So, Sio und Schatten danach. Bitte beeilt euch. Sio, komm schon. Ach, egal. Okay, ich übernehme den Schatten, der macht. Bummellorf. Bummellorf. Okay, ich übernehme den Schatten, der macht. Und du sieh, okay? Ich weiß, was du versuchst, Chiyo, aber das wird dir nicht... Wow, und Schiss. Das war aber fehlt bei den Seiten. Ich kam mir gegen Kummelf einfach nicht klar. Ups, voll getroffen. Ich weiß, was du bist? Ich weiß, was du bist? Witzig, witzig, witzig! Autsch! Schmerz lassen mal! So, und jetzt liegt's an mir, oder was? Das war so klar! Ah! Ich hätte einfach auf die Stage gehen müssen. Schmerz! Das glaube ich ganz fest. Ungünstig erwischt! Ich glaub, es will mich verarschen. Und wieder Marv! Und wieder Snake! Und wieder nach vorne! 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 Okay, du könntest es noch schaffeln. Beide noch ein Leben und Brett rauszufallen. Es ist zwar schwer, aber du könntest es noch schaffen. Ich glaube an dich. Autsch. Und tschüss. Missed. Missed. So, welche Charakterien werden wir nun nehmen? Greifen, greifen. Da geblieben? Da geblieben. So ist brav. Schön da geblieben. Oh mein Gott. So. 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 Und tschüss. Oh, jetzt schmerzt er es nach. 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 Das können wir wieder vergessen. Das können wir wieder vergessen. Ja. Oh, jetzt schmerzt er es nach. Oh, jetzt schmerzt er es nach. Oh, jetzt schmerzt er es nach. Und tschüss. War nicht mit dir, Marshmallow. Rückwärts, 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 rückwärts. Ah, komm, 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 komm. Wieder Marv und Falco. War das gerade ein Teleport-Fail? War das gerade ein. War das gerade ein. War das gerade ein. Ähm, versuche Teilen? Was hat mich nicht? Oh, das war's. das war ein fehl vom feinsten das war ein big fail die zwei sind ja auch wesentlich besser als probing und kowei das war das jetzt für ein ruf Perfekt erwischt. 3, 2, 1. Aha. Ouch. Der Curry von Schatten der Nacht ist übel. So, jetzt habe ich noch die Aurasphäre gejagt. Ouch. geht doch ich habe eigentlich auf die stage gezielt ja welcher speech Das war mal nice. Bis siegt. Haben mich schon gefragt. Das war mal epic. Das war mal. O.M.G. 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 Okay, wir können mit Elxian und Unge. Ja, komm! So, jetzt wird es zurückgeschlagen. Es lag. Okay. Ja. Autsch. Schmerz. 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 Leider. Käpt'n Falcon. Schmerz. 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 Okay, das war das Knie. Schmerz. 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 Und tschüss. Und tschüss. Ups. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ja, da müssen wir wohl noch etwas üben. Bei den zwei Runden wird sich noch ausgehen, denke ich. Und tschüss. 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 Ja, das war irgendwie zu erwarten. Ja, bekämpft euch gegenseitig. So, eine schnelle Runde geht sich nur aus. Eine sehr schnelle Runde, also macht schon. Autsch. Voll auf die Fresse gefallen. Ja, noch vier Minuten und das kommt mir sehr bekannt vor. Das kommt mir wirklich sehr bekannt vor. Ja, noch vier. Untertitelung des ZDF, 2020 Und da fliegt sie. Ich freu mich. Du bist sehr aushalten. Weißt du was überhaupt? Und tschüss. Okay, jetzt muss da jetzt mal eine Entscheidung her. Das ist ein Knapp. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020